Ja, wie kann man das nicht? Dann können wir immer gleich. Ja, kommt an. Komm her, Bonnie. Kannst du noch rausgehen? Hallo. Ja. Ja. Ich kann nicht noch rausgehen. Immer, komm her. Komm, Bonnie. Geh gucken. Oh. Ja, Mann. Oh. So viel. Ja, also das ist fachig. Ja. Meldet aber... Ja. Mündlich. Und? Halten Sie euch auf Trab? Ach nee, dann lasst du noch nicht drauf, ne? Wenn die jetzt nachts... Also ich hab jetzt eher die Tür zugehabt, weil die ganz schön quieten nachts. Echt? Also, wenn die dann aufwachen und vorher was trinken und so, dann fliegt sie. Komm ich jetzt durch, muss ich suchen. Das ist ja auch nicht. Ja, sind ja doch... Und schlafen. Und schlafen, ja klar. Na? Oh, schwarz. Okay. Kriegt das eigentlich noch Luft? Ja, das sieht manchmal so lustig aus, auch wenn die dann da liegen. Das ist ja auch so ein kleiner Buchen hier. Da ist ja auch... Guck mal, wer will? Guck mal, hier ist die Kamera. Guck mal, hier ist die Kamera. Das ist niedlich geworden. Oder ABC. ABCDE. Genau. Verrauchen. Können Sie nachher Ihnen was herbringen? Für Panik ist? Du bist in die. Jetzt sind wir noch heute zu Marie, zu Marie Antoinette. Ja. Wir müssen ja das abnehmen und dann brauchen wir wieder eine E-Testin. Ja, ich kann doch so sein, dass wir dann drinnen. Hm. Wie bist du aber, siehst? Emma, Emma, Emma. Geht, finde ich, eigentlich vom Fell her. Ja, da geht man nur wach. Kommt, ich hab hier extra so ein paar Lecken, die stehen. Ja, wenn ich da bin, dass ich selber was da... Nicht, dass du verfressen bist. Nein, überhaupt gar nicht. Gar nicht. Also, das Welpenfutter geben soll, weil da viel Proteine und sowas drin ist. Hm. Für den Aufbau und überhaupt so. Und das mache ich und das gebe ich Ihnen jetzt auch noch. Vielleicht gibt es ja, was ich für mich jetzt nicht über... Das weiß ich nicht. Ich hab den hier jetzt jetzt auch gesucht und nicht gefreut. Den habe ich gestern hier liegen gehabt. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Und jetzt ist er weg. Was gibt es jetzt? So ist das hier. Wie ist der da nicht auf dem Schrank? Nicht. Wer hat den denn gehabt? Weiß nicht. Weiß nicht. Ja, dann muss ich mich dann... Das ist auch doch heute. Oh, das ist niedlich. Ja. Das habe ich jetzt für den Korn drauf. Mal wieder ein bisschen leckerliessen. Einmal. Ja, mal eben gucken. Ich werde nochmal leckerliessen halten. Einmal. Hmhm. Einmal guck mal hier hier auf. Moni. Das würde ja gehen. Nee, jetzt auch noch ein bisschen. Wie sich da drängeln. Das sieht auch aus. Ja. Das wirst du nicht schaffen. Das wirst du nicht schaffen. Das war doch der Junge, nicht? Ich kann... Die hellen habe ich echt noch ein bisschen für die Ausnahme zu halten. Junge. Das war das erste, was geboren ist, war ja auch ein Mädchen. Das war auch das kleinste. Die wogen nur 168 Gramm. Echt? Ich denke, das erste kommen immer die... Die... Hab ich auch gedacht. ...prösten. War aber nicht so. Das war dann zum Schluss. Das waren Joghurtmädchen. Die wogen beide über 200 Gramm. Und die kleinste wogen 168. 168 Gramm. Ja, genau. Ich schreibe ihn nicht. Der hat sich eben richtig gedreht, ne? Schade. Das habe ich zu spät gesehen. Dreh dich nochmal. Gibt ein bisschen mehr. Der ist richtig proper, ne? Oder? Ja. Der finde ich auch... Das ist echt süß. Boah, der mal Pulkang wäre da. Das ist wieder gestorben. Nun kann der Hund ja auch mal... Das hat der gerade getreutet. Sonny, komm mal hier. Sonny. Du darfst dir mal zeigen, so ein kleines etwas. Da weißt du bestimmt nicht viel mit uns. Ne. Oh, hier. Achso, filmst du das gerade? Ja, mach mich vor allem. Die sehen ja echt unbeholfen aus, ne? Oh, hey. Oh, Alter, geht richtig. Ja, ist so richtig. Guck mal her.